Servus, mein Name ist Philipp Zittelsberger. Ich bin Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker. Also ich korrigiere Gelenke, schaue mir die Statik an vom ganzen Körper. Zweitens gucke ich mir die ganzen Organsysteme an, ob alle richtig funktionieren, richtig mobil sind. Ich beschäftige mich mit dem Kopf, mit den Schädelknochen und wirke dadurch auf das Nervensystem ein. Während der Physioausbildung habe ich gemerkt, dass ich nicht alles behandeln kann. Deswegen habe ich weiter mit der Osteopathie gemacht, um mehr an der Ursache zu arbeiten. Die Osteopathieausbildung hat fünf Jahre gedauert. Nach der Osteopathieausbildung habe ich meine Heilpraktikaausbildung gemacht. Hier im Klosterhof, in St. Salvatore, im Kurgebiet Bad Griesbach, vereine ich diese drei Komponenten in einer Praxis, um sie bestmöglich behandeln zu können. Hier habe ich ein gemütliches, ruhiges Ambiente, in dem man sich einfach nur wohlfühlt. Sie kennen alle die typischen Physiotherapieeinheiten, die leider nur 20 Minuten dauern. Hier kann ich mir speziell für Sie am meisten Zeiten, um bestmöglich Ihre Beschwerden zu behandeln. Ich will nicht nur eine kurze Symptomlinderung erreichen, sondern eine bestmögliche Heilung erzielen. Sie kennen es sicher, Sie haben Knieschmerzen. Ich als Physiotherapeut stürze mich natürlich sofort aufs Knie und behandle die Symptome am Kniegelenk. Dann schlüpfe ich in die Rolle als Osteopath. Der Osteopath begibt sich auf die Suche nach der Ursache. Zum Beispiel lande ich bei einer Blinddarmnarbe. Die Blinddarmnarbe mobilisiere ich dann und Sie merken schon eine deutliche Besserung. Und als drittes, noch on top drauf, schlüpfe ich in die Rolle des Heilpraktikers. Und der Heilpraktiker sucht speziell abgestimmte Mittel für Sie, damit die Heilung vorangetrieben wird. Was mir am meisten am Herzen liegt, dass es Ihnen gut geht und die Gesundheit an erster Stelle steht. Und das ist meine Motivation. Ich will immer die Ursache finden, um Sie bestmöglich zu behandeln. Ich möchte Ihnen helfen, dass die Behandlung bestmögliche Ergebnisse liefert. Rufen Sie gerne mal an und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Dann können wir gemeinsam Ihre bisherigen Erfahrungen besprechen und gemeinsam einen Ansatz finden. Ich nehme mir extra Zeit für Sie. Ich freue mich, Sie kennenlernen zu dürfen. Ihr Philipp Zilsberger Rufen Sie gerne mal an und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.